Kurz, warum Brandstern vielleicht gerade für die kleinen Unternehmen besonders geeignet ist. Kleine Unternehmen sind echt. Kleine Unternehmen haben eine richtige Geschichte zu erzählen. Kleine Unternehmen, das sind die Unternehmen, mit denen sich die Menschen identifizieren. Kleine Unternehmen sind authentisch. Und authentisch ist heute eines der wichtigsten Werte, die überhaupt Marken haben können. Das alles haben kleine Unternehmen. Was kleine Unternehmen oft nicht haben, ist Geld, ist ein Werbebudget. Es sind die großen Kanonen, mit denen ich die Bevölkerung zuballern kann, mit irgendwelchen TV-Spots, Radio-Spots. Das braucht man aber bei uns nicht. Bei uns kann man sein Logo hochschalten. Man kann seine Kunden, seine Fans, seine Familie, wer auch immer, dazu animieren zu klicken. Und man kann sich so darstellen, durch zum Beispiel die Video-Spots, so darstellen, wie man ist. Man kann also mit dem Fund wuchern, das man hat, mit seiner Authentizität. Und warten wir uns doch mal ab. Warten wir mal ab, wer nachher wirklich die Großen sein werden. Ich behaupte, dass die Kleinen heutzutage die eigentlichen Großen sind. Und durch spezielle Maps, zum Beispiel True Love, wo wir das Mitarbeiter-Fan-Verhältnis abbilden, werden gerade die kleinen Unternehmen bei uns eine viel größere Chance haben. Und das Letzte ist, und das merkt man, glaube ich, an diesen tollen Videos, die wir die ganze Zeit drehen, wir sind selber ein kleines Unternehmen. Wir leben selber von dieser Unkonventionalität und von dem Spontanen und dem teilweise halt nicht ganz Perfekten, was vielleicht manchmal auch kleinere, inhabergeführte Unternehmen aussprechen. So, das war's. Ich wünsche viel Spaß beim Mitmachen und ich freue mich auf viele Unternehmen, die bei uns teilnehmen werden. Ich wünsche viel Spaß beim Mitmachen.